Giganten der Vorzeigen. Ein Ungeheuer! Da draußen ist ein Ungeheuer! Unheimliche Bestien terrorisieren ein ganzes Land und versetzen die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Woher kommen diese blutgierigen Ungeheuer? Wo haben diese Monster aus grauer Vorzeit überlebt? Wie ist es möglich, dass Tiere, die seit 60 Millionen Jahren ausgestorben schienen, plötzlich zum Leben erwachen? Der Fujiyama, der heilige Berg Japans, wird zum Schauplatz der größten Gigantenschlacht des Jahrhunderts. Dinosaurier und Flugechsen von ungeheuren Ausmaßen verdunkeln den Himmel. Sie retten euch! Giganten der Vorzeigen. Eine Reise in eine faszinierende, unglaubliche Dimension. O in Leise. O in Leise. Noch nie wurde der Kampf dieser tonnenschweren Giganten mit solcher Perfektion gefilmt. Giganten der Vorzeit.